Laut einem Insider haben ehemalige Freunde von Prinz Harry und Meghan Markle das Paar für seine öffentlichen Äußerungen über die königliche Familie kritisiert. Ehemalige Freunde von Prinz Harry und Meghan Markle haben das Paar für seine öffentlichen Äußerungen über die königliche Familie kritisiert. Einer von ihnen sagte, ich kann nicht glauben, dass er sich so tief herablässt. Das Paar trat 2020 von seinen Rollen innerhalb der Monarchie zurück und ließ sich in Montecito, Kalifornien, Nieder, wo es mit seinen beiden Kindern, Prinz Archie, 5, und Prinzessin Lilibet, 3, lebt. Seitdem haben der Herzog und die Herzogin von Sussex in einem Interview mit der Fernsehmoderatorin Oprah Winfrey, Harrys aufsehenerregenden Mimwaren-Sparer und einer Netflix-Dokuserie mit dem Titel Harry and Meghan über ihr Privatleben innerhalb der königlichen Familie gesprochen. Die Times sprach vor seinem 40. Geburtstag nächsten Monat mit mehreren ehemaligen Freunden des Herzogs von Sussex. Einer sagte, ich kann nicht glauben, dass er sich so tief herablässt. Das ist unerhört illoyal. Oprah, Netflix und dann das Buch. Drei Fehlschläge und du bist raus. Ein anderer fügte hinzu, er ist ein wütender Junge. Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie er wollte. Ich glaube, er vermisst es schrecklich, hier, in Großbritannien, zu sein und möchte mehr bewundert werden. Ein dritter sagte der Publikation, Harry und Meghan hätten mit Würde und Anstand gehen und die Institution nicht verunglimpfen können. Die Schlussfolgerung ist, dass sie Geld damit verdient haben, seine Familie zu verunglimpfen. Und dann geht's, dass sie Geld mit Würde und Anstand gehen. Das hat sich Geld ab und dann geht's, wenn wir nicht nach Hause wollen.